Hallo und herzlich willkommen bei lockergrillen.de Heute bin ich wieder mal unterwegs und wieder in Kleinwaldstadt Beim Christian Münz von der Münz GmbH Und beim André von Chunks & More Und die zwei haben sich was einfallen lassen und was es genau ist, schauen wir uns jetzt zusammen an Hallo zusammen, Hi Das ist der André Opalla von Chunks & More Ich bin der Christian Münz von Münz die Manufaktur Und den André kennt ihr wahrscheinlich vom Räuchernholz, von Chunks und lauter lustige Sachen, die man aus Whiskyfesseln machen kann Und wir bauen ja neben Andertsachen auch diese Feuerplatten Und wir hatten immer wieder mal Anfragen für Indoor, oder? Ja, vor allem in der Küche Also jede Hausfrau hat jetzt mittlerweile schon angerufen und nachgefragt Als sie es gesehen hat, im Garten, der Mann steht an der Feuertonne mit unserer Feuerplatte Ja Und sie hat gesagt, das geht gar nicht Sie wollen zu Hause auch eine eigene haben Und vor allen Dingen auch mal ganz einfaches Räuchern Räuchern ist sowieso in Räuchern in der Küche Und jetzt durch mehr oder weniger wie der Zufall so gespielt hat haben wir gemerkt, dass die Feuerplatte auf dem Thermomix funktioniert mit Chunks vom André Wir haben natürlich sehr lange rum experimentiert Also wir sind viele Stunden und Nächte sind da drauf gegangen Bis wir zu dem optimalen Ergebnis gekommen ist Und zwar die Feuerplatte für die Frau, für die Küche, für den Thermomix So, das Herzstück ist natürlich am Thermomix oben der Verschluss Und wir haben sich schön Gedanken gemacht Wir haben ein spezielles Stahlwurstteil gebraucht Was wir mit der Platte verschweißen Und das gewährleistet dann auch, dass die Funktion zum Thermomix erhalten bleibt So Aber man muss wirklich darauf achten, dass der Sitz, dass es richtig eingerastet ist Also das hört man am Klicken Am besten funktioniert das zwischen Stufe 4 und 5 Und jetzt kippen wir oben die Chunks rein Die Chunks sind übrigens wärmebehandelt Also sie brennen nicht, sondern glimmen nur Das ist extra entwickelt dafür So Wir nehmen einfach mal eine Hand voll Wir hören da schon, wie es anfängt zu kruspeln Wenn wir richtig Hitze haben wollen auf der Platte, geben wir sie auf Stufe 8 pro Ja, damit ihr mal seht, wie das live funktioniert Wir haben gesagt, wir tun jetzt einfach mal Bratwürste grillen Und ein bisschen räuchern Oh, da freu ich mich jetzt schon drauf Oh, die sind schon gut Oh, die sind schon zu weit hier sogar Da seht ihr mal, wie viel Power die Feuerplatte mit so ein bisschen Holzmehl in Verbindung im Thermomix hat André, die müssen wir probieren, die sind gut Die sind gut, die sind sehr gut Ich glaube, das war ein bisschen viel André Jetzt haben wir nochmal auf Stufe 7 hochgedreht Ja, die haben wir ein bisschen reduziert jetzt gerade Aber komm, wir probieren mal einen Boah, Alter Wahnsinn Das ist Stein Das ist Stein Richtig Stein Boah, Fenster Mhh Zu heiß Also, man muss wirklich aufpassen mit der Temperatur Lieber ein bisschen runterfahren Ist aber richtig heiß Stufe 6 reicht Voll und ganz Also, wenn es dann Wenn man sieht, dass sie schwarz werden Einfach noch ein bisschen weiter runter mit der Temperatur Aber ansonsten Das Gerät Absolut Für jede Frau Also Richtig Spaß gemacht heute Wenn ihr Interesse habt an Feuerplatten Und an geilen Chunks zum Bäuchern Auch mit Whisky-Beruch und so einer Meldet euch dann wieder beim André Opalla bei Chunks & More Oder schaut mal bei feuerplatten.com rein Irgendwo hier unten ist dann auch mal ein Link eingeblendet Genau Macht's gut Ciao